Lufthansa hofft weiter auf die 787 trotz der Probleme. Die Chinesen, die im Inlandsverkehr ja, wie soll man sagen, Vorreiter waren in der Corona-Krise, gezeigt haben, dass man trotzdem viel fliegen kann, haben jetzt aber eine Art Sinkflug durch den Corona-Lockdown. Und wir haben eine Finnair Plus Punkte Promotion. Mein Name ist Lars Korsten, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. In der heutigen Folge, wie immer natürlich, denkt daran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, zu kommentieren und ein Like da zu lassen. Aufgrund der Regennachfrage nach Stammtischen haben wir spontan wieder Stammtische einberufen. Und zwar in Berlin am 19.05. diesen Jahres natürlich, das ist diesen Donnerstag im Grand Hyatt, also dort in der Vox Bar. In München haben wir auch einen, da gab es eine Frage. Und zwar am 21.05. im Augustinerkeller ab 18 Uhr. Und Frankfurter Flughafen am 22.05. auch natürlich Sonntag ab 18 Uhr, wie immer, gepflegt, gesittet im Hyatt Place. Denkt daran, dass ihr entweder euch über Facebook anmeldet oder aber uns eine Nachricht schickt, also mir in dem Fall über WhatsApp, damit ich Bescheid weiß. Einfach nur, damit wir einen groben Überblick haben, wie viele Leute wir sind. Ich freue mich, euch persönlich mal kennenzulernen. Die Luftfahrt in Saudi-Arabien ist ja mit Saudi-Airlines sehr überschaubar, hätte ich fast gesagt. Aber man hat dort natürlich, ja, man hat dort gewisse Spezialitäten auf den Flügen, trocken und so weiter. Und wenn man jetzt das Ganze sich anschaut, hat man natürlich in Saudi-Arabien dasselbe Problem wie in Nachbarstaaten. Ja, ganz genau. Die UAE haben ja Emirates gegründet und dann Emirates, Entschuldigung, Etihad in Abu Dhabi gegründet. Warum? Ganz einfach, weil man natürlich weiß, dass die Ölreserven endlich sind. Und man hat zwar 260 Milliarden Fass oder irgendwas über 40 Billionen Liter Öl im Boden stecken. In UAE sind es auch, glaube ich, auch nochmal riesige Mengen. Aber trotzdem, das reicht halt einfach nicht. Die Saudis haben die zweitgrößten bestätigten Erdölreserven der Welt. Und diese Ölreserven haben das Königreich so unendlich reich gemacht. Und gerade auch jetzt in der Krise sind sie natürlich Gewinner, weil sie einfach von den gestiegenen Rohölpreisen partizipieren und da einfach nicht wissen, wohin mit der Knitte, um es mal ganz locker zu sagen. Und ja, man ist von dem Öl abhängig. Also das heißt, man hatte natürlich, als die Rohölpreise so niedrig waren, riesen Stress. Aber jetzt, wo die Preise hoch sind, UAE, glaube ich, waren 78 Euro, 78 Dollar pro Barrel, um nachhaltig zu sein. Und als sie bei 50 waren, hatte man halt echten Stress in UAE. Und genauso ist das natürlich in Saudi-Arabien. Ich weiß nicht genau, wie viel in Saudi-Arabien die Nachhaltigkeit ist. Das heißt also, welchen Rohölpreis man braucht, um die Ausgaben, die man hat, zu bezahlen. Naja, auf jeden Fall, das Öl- und das Gasgeschäft ist ein Riesenthema. Aber Mohammed bin Salman al-Saud, also MBS in der Abkürzung, hat natürlich auch eine Vision. Wir haben Visionen 2020, ich glaube 2025, 2030. Und Saudi hat eine Vision. Die nennen das halt immer Vision 2030. Also nicht zu verwechseln mit dem, was der Herr Schröder, glaube ich, gesagt hat. Wer Visionen hat, muss zum Arzt. Und da ist es halt wirklich das Ziel, den Anteil auf 10 Prozent zu bringen, indem halt andere Branchen noch mehr rausgebildet werden, um damit Gewinne zu machen. Und die Luftfahrtindustrie ist in der Region ein wichtiger Pfeiler. Und die Vision geht um Tourismus. Man merkt das ja auch, wie viele Hotels entwickelt werden. Man hat ja auch fast neue Städte, die man entwickelt, um da dann Besucher anzulocken. Und auf jeden Fall ist auch ein Riesengeschäft für die Saudis die Pilger, die nach Saudi-Arabien können. Das heißt also, man möchte, dass die ganzen, die dann auf dem Hatsch, so heißt das im Arabischen sind, 100 Millionen Reisende jährlich ins Land kommen lassen. Das ist mehr als in Mexiko oder in Indonesien leben. Und des Weiteren, es gibt diese, man nennt das pristine, also unberührte Strände. Man hat die Wüste, Oasen, man hat aber auch schneebedeckte Gebirge, das vergessen die meisten. Haben wir in UAE auch gehabt. Also wir haben da den, in Al Aden, wenn man hochgeht, hat man da auch Schnee. Ja, so ist das einfach. Und nun möchte Saudi-Arabien sich ja öffnen. Das ist ja etwas, was man gemacht hat. Man hat da zum Beispiel den Frauen erlaubt, Auto zu fahren und, 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 und. Was für uns normal ist und auch wichtig ist, dass es normal ist. Aber da ist es halt nicht normal gewesen. Und da ist jetzt halt sehr, sehr viel was passiert. Man hat halt mit Privatministern in Hotels, in Resorts, hat die Visumvorschriften vereinfacht, hat ein Straßennetz, was hochentwickelt ist. Man hat ein Schienennetz, was man auch machen möchte und erweitert. Und dann möchte natürlich auch jemand eine führende Luftfahrtindustrie in der Region aufbauen. Mohammed F. Al-Koharzi, das ist der Strategiechef der Luftfahrtbehörde, der General Authority of Civil Aviation, der sagte das. Und man möchte halt 330 Millionen Fluggäste jährlich haben. Dreimal so viel wie heute. Also da könnt ihr mal ausrechnen, was da passiert. Dann möchte man auch ein Frachtvolumen aufbauen, was 4,5 Millionen Tonnen sind. Das ist auch eine Vier-Vierfachung. Man möchte 250 Ziele weltweit direkt verbinden, statt nur 99. Und deshalb braucht es eine neue National-Airline. Die Saudier soll sich auf ihr Drehkreuz in Jeddah konzentrieren. Und die neue soll nach Riyadh gehen. Das ist also Wahnsinn. Man sagt einfach, dass dieses Wachstum nicht von einer Fluggesellschaft zu bewältigen ist. Und damit geht man dann halt einfach auf eine zweite. Und man möchte auch unterschiedliche Ausrichtungen in der Fluggesellschaft haben. Man möchte sich nicht so sehr auf Fokus fokussieren, auf Transitpassagiere. Denn Jeddah ist der Ausgangspunkt für die beiden heiligen Städten Mekka und Medina. Also auch für das Rote Meer. Und damit macht man natürlich direkt Leute aus dem muslimischen Glaubensbereich, die man haben möchte. Und das werde das Geschäft sein, auf das sich Saudier konzentriert. Riyadh dagegen, das ist ja eine Wirtschaftsmetropole. Da passiert auch relativ viel in Saudi-Arabien. Wir waren auch in Saudi-Arabien, in Riyadh auf Besuch mit Delegationen und so weiter. Und da ist natürlich dann die neue Luftfahrtbeherr, Luftfahrtgesellschaft, die sich da konzentrieren möchte. Warum? Ganz einfach. Man hat halt die Angst, dass man sich, wenn man bei Saudi-Arabien verschiedene Standorte hätte, dass man sich da ganz einfach übernimmt und da auch irgendwie Reibungsverluste gibt. Deshalb sagt man, man braucht zwei verschiedene Strukturen auf, die natürlich untereinander wahrscheinlich kooperieren werden, aber dennoch eigenständige Entities sind. Sieht man ja auch in Dubai zum Beispiel. In Dubai gibt es ja einmal die Emirates, die sich fokussiert auf Premium, auf, ich nenne es jetzt einfach mal als Lufthansa, Kunde 5 Sterne allein. Aber da gibt es nochmal Fly Dubai, die ja auch so eine Hybridgeschichte sind, die sich zwischen Tourismus und Billig und dann aber auch Premium mit der Business-Klasse ausrichtet. Aber wie gesagt, da macht man das halt auch lokationsmäßig, dass da ein Unterschied ist. Und da muss man halt einfach gucken. Man sieht halt in Dubai, dass über 60 Prozent der Fluggäste, die in Dubai reinfliegen, Transit-Gäste sind. Also nur 40 Prozent, etwas weniger bleiben in Dubai. Und man möchte halt einfach dieses Transit-Geschäft nicht vernachlässigen. Warum ganz einfach? Weil dieses Transit-Geschäft natürlich das Netzwerk einfach möglich macht mit den 380ern und so weiter. Um die Passagiere dann zu bewältigen, will man auch neue Flughäfen bauen. Man möchte den Bau eines zweiten Terminals zum Beispiel in Jelda machen. Riyadh soll Ende des Jahres auch ein neues Terminal eröffnet werden. Es ist auch ein zweiter Hauptstadtflughafen im Gespräch. Und die Flughäfen sind privatisiert worden, um das Ganze einfacher zu machen. Wobei sie natürlich immer in einer Staatsholding sind. Das heißt, sie gehören am Ende des Tages immer noch der Royal Family. Also da muss man uns nichts vormachen. Aber ich finde das einen interessanten Ansatz. Die Frage ist natürlich, die uns bewegt, ist das eine Airline, die auch trocken ist? Wie sind da die Geschichten? Und jetzt sagt ihr, warum ist das ein Problem vielleicht für Emirates oder vielleicht für Lufthansa? Das ist aus verschiedensten Gründen ein Problem. Einmal, wenn man natürlich diese Strecken hat, wie zum Beispiel Teheran mit dem Iran, mit Iran, wenn da mal die Mullahs weg sind, Dubai, aber auch natürlich Jeddah oder aber jetzt auch Riyadh in Saudi-Arabien. Das sind alles Städte, die haben fast 90 Prozent der Welt, die sie mit einem Flug erreichen können. Und jetzt natürlich gibt es die Flugzeuge in der Ultra-Long-Range. Aber nichtsdestotrotz sind ja viele Passagiere nicht gewillt, da 22 Stunden durch die Weltgeschichte zu jückeln. Was auf der einen Seite ich natürlich verstehen kann. Aber am Ende des Tages, und das ist halt das Spannende in meinen Augen, wird das die Konkurrenz am Golf erhöhen. Mit Qatar Airways natürlich, die dürfen wir ja gar nicht vergessen in dem Fall. Und Romania weiß man ja auch nicht, wie die sich entwickeln. Also das heißt, dass diese zentrale Position sehr, sehr wichtig ist. Auch Türkisch hat so eine Position. Nicht ganz so wie Dubai ist, aber doch schon relativ gut. Und was bedeutet das für Lufthansa? Konkurrenz. Das heißt also, dass man natürlich, wenn man über die Wüste fliegt, und da ist die Wüste natürlich Abu Dhabi, Dubai, Doha oder aber jetzt dann auch Riyadh, ist dann natürlich ein Problem, weil die Preise niedrig gehalten werden. Die Direktflüge sind teurer, aber die Frage ist, was ist dir lieber? Ist dir die Knunzen in der Portemonnaie lieber oder halt keine drei Stunden am Golf? Kommentiert unten, sagt, was ihr davon haltet, was ihr davon denkt. Corona, es bleibt euch nicht irgendwie erspart. Heute müssen wir das Thema nochmal reden. Einmal natürlich kurz nochmal ein Hinweis zur gestrigen Sendung. Und ich glaube, hat Mario das auch am Samstag besprochen. Die Corona-Regeln sind europaweit außer Kraft gesetzt worden, aber Länder können diese in Kraft setzen lassen. Also das heißt, dass die weiter bestehen. Und deshalb ist in Deutschland halt eine Maskenpflicht. Ich bin halt gespannt, wie mein Flug übermorgen wird. Ob ich eine Maske tragen muss, ich werde es berichten. Aber in China ist jetzt auch ein wochenlanger Lockdown in Shanghai. Shanghai ist ja eine der größten Wirtschaftsmetropolen. Eine Stadt, die faszinierend ist. Ich selber bin sehr gerne im High on the Band und so weiter und so fort. Aber die Fluggesellschaften, die da sind, das ist China Eastern, Airlines at China, China South, China Yao ist übrigens auch da. Die haben im April den schwächsten Monat seit Ausbruch von Corona gehabt. Also von mehr als zwei Jahren. Und normalerweise ist es doch am Anfang das Problem. Aber im Moment ist es halt wirklich so, dass selbst China Eastern gar nicht über die Lage, um die Lage herum klopft, um den Topf herum, um heißen Brei redet, sondern sagt einfach, das ist das, was es ist. Und wir haben in Nordamerika und Europa die Covid-19-Einschränkungen wirklich fast weg. Deutschland ist natürlich der wenigsten Länder mit der Maske. Sorry, aber so ist es halt. Und in China, es ist aber eine ganz andere Geschichte. Da ist halt, ist Shanghai wirklich im kompletten Lockdown. Und ich glaube auch, dass China das einzige Land ist, was immer noch an dieser Null-Covid-Strategie festhält. Warum auch immer. Ich weiß es, aber es ist jetzt keine politische Diskussion. Deshalb lass uns da jetzt gar nicht drauf eingehen. Aber die Behörden haben halt Anfang April, als diese Omicron-Welle auch in Shanghai richtig grassiert ist, den Lockdown verhängt. Und nach 50 Tagen gibt es zwar wirklich einige Stadtteile, die wieder gelockert sind. Aber die 25 Millionen Metropole soll erst wieder im 1. Juni eröffnen. Ihr kennt ja die Bilder aus den Nachrichten und so weiter, wo man wirklich Gitter gemacht hat mit Absperrungen und so weiter. Also, schwierig. China Eastern hat halt die Situation mit einem Wort zusammengefasst und das ist finster. Man hat ja einfach die Zahlen, die in dem Inlandsverkehr sind, gegenüber dem Format um zwei Drittel auf nur noch 843.000 Fluggäste einbrechen. Das ist ja klar, wenn keine mehr fliegen, dann mit einem Lockdown. Das ist ja klar. Nur mal, um andere Zahlen zu nennen, wenn man April 2021 sieht, da ist halt die Nachfrage um 21. um 91 Prozent eingebrochen. Und dieser Lockdown, der da bei China und China South jetzt diesen Knick verursacht, ist natürlich ein Riesenproblem. Man hat ja auch das Grauen in der 737-800er Flotte nach dem Absturz von NU5735. Aber es war halt nicht wirklich besser bei denen. Und da muss man halt einfach gucken, dass man nochmal 1,3 Millionen Passagieren nur bedient hat, was also ein Abfall ist um 44 Prozent. Also auch nicht so gut. Bei China South ist es ähnlich, wenn man sich das anguckt, da hat man nur noch 2,2 Millionen Fluggäste. Ein Thema, was uns als Lufthansa-treue Kunden, seid ihr Lufthansa-treue Kunden, kommentiert unten, seid ihr Lufthansa-treu, mögt ihr Lufthansa? Das ist eine ganz, ganz richtige Frage. Ist es so, die Lufthansa hat natürlich auch gestern von dem Malheur wieder gehört, was ja permanent so eine Never-Ending-Story ist, dass man den Dreamliner vielleicht nicht so ganz bekommt, wie man es vorstellt. Am Sonntag ist der erste Dreamliner in der vollständigen Lackierung Lufthansa gesichtet worden. Und es hat den Lackierhanger verlassen, das Flugzeug hat die Seriennummer 62730 und damit ist man halt wirklich schon mal auf einem guten Weg. Das Flugzeug hatte schon mal das Prozedur gemacht, aber da hatte man eine Vistara-Library. Aber die indische Fluggesellschaft wollte halt die 787-9er nicht. Und dann hat die Lufthansa, und das ist auch wieder eine Replik an die eine Antwort, Vistara ist Co-Share-Partner, aber kein Starlines-Partner oder sonst was. Deshalb zur Zusammenarbeit mit Indien. Und da hat man halt gesagt, die nehmen wir. Wann das Flugzeug mit Erkennung D, Delta Alpha, Bravo Papa Alpha zur Lufthansa kommt, ist wirklich immer noch nicht in trockenen Tüchern. Man wollte es letztes Jahr haben, aber ist nicht passiert. Und ihr habt ja alle gehört, gestern habe ich ja wieder darüber erzählt, dass der Dreamliner nochmal ein Problem hat. Und zwar ganz einfach, warum? Weil man Produktionsprobleme hatte, weil irgendwie eine Dokumentation fehlte und, 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 und. Ich möchte zu dem Drama jetzt eigentlich ehrlicherweise nichts mehr sagen. Ich hoffe darauf, dass das Flugzeug kommt. Einer hat ja kommentiert, und deshalb solltet ihr auch kommentieren, dass man nochmal viel Spaß mit dem Flugzeug haben wird. Geht ja um die Teile, CFK-Teile von Mitsubishi Heavy Industries aus Japan, die da Wohnreinigung haben und damit Probleme machen. Aber, kleiner Hinweis, auch die 787 hat Lackprobleme. Also es ist nicht nur eine 350er-Sache. Kommentiert unten. Ich freue mich auf eure Kommentare, ob ihr euch auf die 787 freuen. Genau, also insofern bin ich mal gespannt. Die Flugzeuge im Gegensatz zu China werden in Europa wieder besser ausgelastet, hat die Euro-Control gesagt. Und man sagt einfach, dass man die Covid-Phase überwunden hat. Ganz einfach, warum? Weil die Fluggesellschaften in Europa die Flotten wieder auslasten. Es gibt eine Stichprobe, und da hat man einfach geguckt, dass gerade diese Billigflieger unter einem Segment noch hinterher hinken. Entschuldigung, die Billigflieger mögen das, aber ein anderes Segment hinkt noch hinterher. So ist es richtig. Und damit muss man halt einfach gucken. Die Flugzeuge fliegen, 5 Flüge pro Tag im Schnitt. Das ist eine durchschnittliche Flugstrecke von 898 Flugkilometer je ein Satz. Und so sieht man nach den Daten von Eurocol seit Ostern der typische Flugtag für zum Beispiel eine A320 bei Lufthansa aus. So ist das. Eurowings packt einen Flug weniger in den Tag, und landet dafür ja aber im Schnitt nach 1.221 Kilometern Strecke. Und man sieht halt bei der Eurocontrol, dass die Nachfrage nach Covid jetzt wesentlich höher und besser geworden ist, was natürlich auch in den Preisen zu sehen ist. Ich selber merke das ja auch bei den Preisen. Helsinki flog, Oneway, den ich haben wollte von Frankfurt aus. Die sind nicht ganz dicht gewesen. Irgendwie 600 Euro. Also das ist Economy, nur so als Hinweis. Deshalb muss man einfach mal gucken. Aber jetzt, nachdem wir ja die Kurzstreckenflugzeuge einfach mal angeguckt haben, gucken wir uns einfach mal die Langstreckenflugzeuge an. Und die schaffen einen Hin- und Rückflug pro Tag. Und das ist echt egal, welche Fluggesellschaft ist. Das kann nicht türkisch sein. Das kann die Air France, KLM oder die Lufthansa sein. Und da gucken wir mal auf diese Billig-Airlines, Ryanair, Wissair, Wueling, aber auch Easyjet. Und die planen sechs Flüge pro Tag Flugzeug. Warum ist das eine gerade Zahl? Eurocontrol sagt, das ist natürlich kein Zufall, sondern es ist einfach so, dass die Besatzung dann wieder zu Hause ist. Weil wenn die Besatzung irgendwo anders übernachten würde, hätte man wieder mit Crewhandling Probleme und so weiter und so fort. Das ist da nicht der Fall, wenn man so fliegt. Das heißt, man fliegt morgens raus, fliegt da wieder hin zurück, wo man hergekommen ist, wieder weiter, wieder zurück, wieder weiter, wieder zurück. Das heißt also, man fliegt einfach relativ dieselben Strecken vom selben Airport aus. Macht Baltic ja übrigens auch. Die fliegen jetzt zum Beispiel von Tampere aus morgens war es München, dann von München wieder zurück nach Tampere, dann nach Oslo wieder zurück, dann nach Frankfurt und wieder zurück. Sechs-Lex. Also insofern spart man damit Übernachtungskosten. Wobei aber die Regionalflotten, die sind natürlich etwas unterbelastet. Das muss man ja ganz ehrlich so sagen. Und da gibt es halt wirklich Nachholbedarf. Bei den Regionaljets wird es wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Zuwachs geben. Warum? Weil der Markt sich noch nicht erholt hat. Und warum gibt es da einen Rückstand? Ganz einfach deshalb, weil der Markt einfach noch nicht da ist. Ganz einfach. Merkt ihr das auch, dass die Flügel wieder voller werden? Merkt ihr auch, dass die Preise anziehen? Merkt ihr auch einfach, dass da mehr Musik ist, in Anführungsstrichen, in den Lounges? Weil das ist ja auch eine Überfüllung. Also, kommentiert unten. Als letztes Thema im Thema mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status, natürlich Fin Air Plus. Fin Air Plus hat einen neuen Sale. Ja, ganz einfach. Dieser neue Sale geht bis Ende Mai. Hatte auch gerade quasi gestartet am 17. Mai. Das ist ja quasi heute ja alle heute Start. Man kann mit 30% Rabatt und mit einem 30% Bonus Meilen kaufen. Also bis zu. Kommen nämlich auf die Menge an. Und das Limit, was man hat, ist erhöht worden. Normalerweise darf man 150.000 Punkte kaufen. Bei Fin Air jetzt sind das 200.000. Und ganz, ganz wichtig, es ist auch egal, ob man schon Punkte gekauft hat. Ja, das ist richtig. Jetzt sagt ihr, hey, was kostet das Ganze? Dann sage ich euch, was das kostet. Wenn ihr zwischen 1.000 und 5.000 Punkten kauft, gibt es keinen Rabatt. Wenn ihr zwischen 6.000 und 49.000 Punkte kauft, gibt es 10% Bonus und 10% Rabatt. Kauft ihr zwischen 50.000 und 99.000 Punkte 20% Bonus und 20% Rabatt. Wenn ihr 100.000 bis 200.000 Punkte kauft, wären das 30% Bonus und 30% Rabatt. Also maximal 200.000 Punkte. 200.000 Punkte kosten euch 1.802,50 Euro. Normalerweise 2.575 Euro. Aber da gehen ja die 30% ab. Das sind 772,50 Euro. Damit würdet ihr also wirklich 200.000 Punkte bekommen. Und jetzt festhalten, das ist natürlich ein sehr, sehr niedriger Preis. Und das sind 69 Cent, glaube ich, wenn ich richtig gerechnet habe. 64 Cent war, glaube ich, letztes Jahr das Ganze Eurocent. Und wenn man diesen Preise sich dann einfach mal anguckt, gibt es hier aber keinen Status dazu, wie bei den Promotions davor. Deshalb würde ich persönlich sagen, nicht machen. Man kann die Meilen zwar benutzen, wenn man auf die Business Class upgraden möchte. Oder aber ein Sweet Spot wäre zum Beispiel Dubai oder Israel. Warum? Ganz einfach, weil diese beiden Länder zu Europa zählen und da eine niedrige Meilenschwelle ist. Aber, und das ist das Riesenproblem, wenn ihr jetzt kauft, kann es passieren, dass die Meilen nicht mehr bei einer nächsten Nation kaufen könnt, weil euer Konto geblockiert ist. Ihr seht aber, wie Finn eher nach Geld lächzt und sammelt. Mit dem Status hat man jetzt ein bisschen vorsichtig gemacht. Anscheinend hat man da zu viele Leute eingesammelt. Schreibt unten, ist das für euch ein Angebot, was ihr interessant findet? Sagt ihr, ich sattel nochmal auf. Ich habe ja eh die Promotion gekauft. Was ist da eure Meinung zu? Da bin ich mal gespannt, was ihr dazu denkt, was ihr davon haltet. Also insofern unten immer schön lebhaft kommentieren. Danke, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV Takeoff. Denkt an die Stammtische in Berlin, in München und in Frankfurt. Ich würde mich freuen, euch persönlich kennenzulernen. Wer nicht kann, wir schaffen es einem anderen Termin. Wer kann, kommentiert unten oder schickt mir eine WhatsApp-Nachricht. Denkt daran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen und zu kommentieren und ein Like da zu lassen. Das war das, was ich noch im Hinterkopf hatte. So, heute haben wir es wieder geschafft. Ich gucke mal, wie viele Minuten wir heute wieder geschafft haben. Wir sind fast 20 Minuten sogar drüber, je nachdem, wie es schneidet. Also insofern danke, dass ihr tapfer wart und ich freue mich. Bis bald und machen wir einfach mal wieder aus. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao. Knopfen, filmen. Wo ist der Knopf? Hier, ja und da.